Auch sie war am Samstagabend unter Florian Silbereisens Gästen beim Adventsfest der 100.000 Lichter. Barbara Schöneberger kam, sang und war wie gewohnt für jeden Spaß zu haben. Dabei nahm sie sich selbst nicht zu ernst und ging offen mit ihrer Kleidpanne um. Bereits kurz vor dem Start der Sendung meldete sich Barbara Schöneberger bei ihren Followern auf Instagram und teilte ihnen mit Oh, Kleid geplatzt! Dazu postete sie ein Bild ihres Dresses, dessen Schlitz tatsächlich etwas zu weit in Richtung ihres Intimbereichs reichte. Doch Barbara wäre nicht Barbara, wenn sie nicht für diesen Fall vorgesorgt hätte. Kurzerhand zog sie sich einen passenden Rock über das Kleid und es war nichts mehr von dem Riss zu sehen.